Dann kommen wir zum Transfer-Update. Vermutlich das Vorletzte, das wir in diesem Jahr hier veranstalten werden. Und es gibt noch mal ein paar interessante Neuigkeiten. Zum einen hat der VfB Enzo Mio verpflichtet. Letzte Woche haben wir schon drüber gesprochen. Jetzt ist es amtlich. Vier Jahre Vertrag gibt es für den Jungen bis 2025. Kosten wird er dem VfB 1,5 Millionen Euro plus Boni plus Weiterverkaufsbeteiligung für Monaco. Er bekommt die Rückennummer 8 und wird von Missentad als Castro-Ersatz bezahlt. Da habe ich mich erst mal gefragt, Sebastian, haben wir nicht gehört, dass man Castro deswegen nicht hier beim VfB verlängern möchte, weil man mehr Spielzeit für die jungen Spieler eingeplant hat. Jetzt kommt ja praktisch ein Spieler, der die Spielzeit bzw. den Kaderplatz von Castro übernimmt und die jetzt freigewordene Spielzeit muss sich auf noch mehr Spieler verteilen. Oder habe ich irgendwas übersehen in der Logik von Sven Missentad? Nee, nee, da kann man schon mal nachfragen. War es denn nicht so gemeint, dass sich die Spielzeit von Castro jetzt auf viele Schultern verteilt, die schon das Trikot des VfB tragen? Und jetzt kommt noch ein Spieler, der dann wirklich auch als Castro-Ersatz dann wirklich genannt wird. Das ist halt schon ein bisschen komisch. Also natürlich freut man sich über einen Spieler wie Enzo Mio, aber man muss sich auch fragen, was ist denn mit denen, die schon da sind und die jetzt mehr in die Verantwortung kommen sollten? Ja, also um das nochmal gleich vorweg zu schicken. Ich finde es mega, dass der VfB diesen Spieler verpflichtet hat. Und das ist wieder so ein Transfer. Also ich habe ja letzte Woche die Zeit genutzt und habe mir so ein paar Sachen dann nochmal über ihn durchgelesen. Da muss ich halt immer alles übersetzen lassen, weil du findest halt vieles nur auf Französisch. Dann läuft das durch einen Google-Translator und dann kommt meistens irgend so ein Kauderwelsch raus. Das ist dann irgendwann eine Bekannte von mir Frage, die relativ fließend französisch spricht. Und dann stellt sich die Situation wieder ganz anders dar, als ich zunächst dachte. Also das ist ein toller Spieler. Und ich freue mich, dass der VfB den verpflichten konnte. Nur nochmal ein paar Parameter. Zentraler Mittelfeldspieler, der oft über links kommt, also vergleichbar mit Bejas, Didavi oder Klimowitz. Der spielt so im linken Halbraum. Ist nicht nur rein offensiv, von daher wieder nicht so vergleichbar mit Klimowitz und Didavi. Eher mit Bejas. Das heißt, er hat auch Qualitäten in der Defensive. Kann auch als Sechs spielen, aber für mich ist es eigentlich ein moderner Achter. Das ist so seine Rolle, die er einnehmen wird. Ist ein Linksfuß, spielstark, technisch natürlich fantastisch ausgebildet, wie es halt immer so ist, wenn man aus Frankreich kommt. Da sind sie einfach richtig gut. Und ja, hat auch unter Niko Kovac schon so ein paar Minuten bekommen. Gerade dann in der abgelaufenen Saison zu Beginn, muss man sagen. Da gab es aber auch viele Verletzte bei Monaco. Aber er konnte zumindest mal regelmäßig bei der ersten Mannschaft mittrainieren. Und ich denke mal, da auch einiges aufschnappen. Also das ist schon ein gut entwickelter Spieler, wenn man das so sagen kann, der jetzt hier nicht als kompletter Jugendspieler beim VfB einläuft, sondern schon so eine gewisse Erfahrung im Seniorenbereich vorzuweisen hat. Deswegen meinte ich vorhin auch, ich würde mich nicht wundern, wenn der jetzt am Freitag direkt im Kader auftaucht. Ja, kann auch sein, dass er vielleicht noch mal eine Woche braucht und dann erst zum ersten Mal im Kader auftaucht. Aber das ist definitiv kein Spieler, den wir jetzt erst mal ein halbes Jahr gar nicht mehr sehen oder so. Das ist jemand, der wird direkt dem VfB weiterhelfen können. Ja, aber die Frage muss gestellt werden. Gibt es da Bedarf? Beziehungsweise kann man das dann auch in Sachen Spielzeiten ordentlich verteilen? Wenn das funktioniert, finde ich es absolut richtig. Ich hoffe, dass das mit allen Spielern auch so kommuniziert wird, dass jetzt nicht irgendjemand denkt, Mensch, scheiße, was habe ich denn jetzt hier eigentlich gemacht, das ich beim VfB unterschrieben habe? Ich habe ja gar keine Chance auf Spielzeit oder was auch immer. Das ist immer so ein bisschen die Befürchtung, die man hat. Also gerade, wenn ich da an Beas denke, der so viel gezeigt hat in der Vorbereitung, da möchte man einfach letztendlich vielleicht dann auch mal einen Beas im Kader sehen oder so. Und wäre natürlich jetzt schade, wenn der jetzt nicht die Möglichkeit bekommt, weil man jetzt erst mal Mio einsetzt. Ich quatsche jetzt hier einfach auch nochmal so das raus, was mir halt durch den Kopf geht. Ja, da muss man sich natürlich auch die Frage stellen, ob man nicht dann vielleicht auf anderen Positionen wie im Sturmzentrum halt größere Personalprobleme hat als im zentralen Spielfeld. Ja, natürlich, aber... Es ist brutal schwer, weil ich sehe schon auch die Baustelle auf der Acht, Sebastian. Also der Klimowitz, jetzt hat er ein vernünftiges Spiel gegen Fürth gemacht. Gegen Dynamo war er nicht gut. Davor in der Vorbereitung auch nicht total überzeugend, muss man sagen. Und wie gesagt, gegen Fürth, das war gut. Aber es war jetzt auch nicht ein Ausnahmespiel. Also da gab es noch vier, fünf andere Spieler, die besser waren als er. Muss man halt auch sagen. Also du könntest dich ja dann auch tragen lassen von deinen Mannschaftskameraden, wenn du verstehst, wie ich meine. Also nicht falsch stehen. Ich möchte ihn nicht klein machen. Naja, klar, aber du hast auf der Position halt mit Didavi auf jeden Fall auch immer ein Backup, der immer spielen kann, solange er fit ist. Und im Sturm stand jetzt genau einen richtig fitten Stürmer. Und das ist Al-Ghadoui. Und das ist für mich dann eine größere Baustelle als jetzt das zentrale offensive Mittelfeld. Aber lass uns doch darüber mal sprechen. Also das war ja die Frage, die man jetzt sowieso gestellt hat. Muss der VfB auf Sankos Verletzungen reagieren? Sven Missentat sagt, ich sehe nicht, dass wir was tun müssen. Das heißt nicht, dass wir nicht immer den Markt im Blick haben. Grundsätzlich ist es so, dass unsere Transfer-Tätigkeiten mit Enzo in beiden Richtungen relativ abgeschlossen sind. Das müsste dann schon richtig rappeln oder wirtschaftlich total unvernünftig sein, es nicht zu tun. Aber es ist auch ganz klar, wir können Nein sagen. Das geht natürlich dann in die Richtung Kalajic oder Kempf. Aber lass uns über die Stürmer-Problematik sprechen. Also Missentat sagt, nee, wir müssen niemanden verpflichten. Wir kompensieren das sozusagen innerhalb des Teams. Die Frage ist ja, wenn du jetzt darauf reagierst und jemanden verpflichten möchtest, dann musst du dir jemanden holen, der eigentlich als Backup erst mal vorgesehen ist. Weil Nummer-Einstürmer brauchst du so gesehen nicht, weil du wusstest ja, Kalajic wird jetzt relativ zeitnah wieder zurückkommen. Und du gehst jetzt davon aus, der wechselt nicht. Also wäre es jetzt blöd für Geld, das du eh nicht hast, einen teuren Nummer-Einstürmer zu kaufen. So, dann ist die zweite Option, du holst dir einen Stürmer à la Al-Ghadoui. Also einfach nochmal so einen erfahrenen Backup-Stürmer, der dir vielleicht deine vier, fünf Buden macht oder so. Ist halt die Frage, kannst du dir den leisten? Weil solche Stürmer dann in der Regel auch kein so günstiges oder so geringe Gehaltsvorstellungen haben. Also es ist halt einfach so, die sind ein bisschen teurer. Oder du holst dir einen Jugendstürmer, Kategorie Mosanko. Hast du natürlich auch wieder das Ding, in einem halben Jahr hast du dann zwei Mosankos sozusagen im Kader im besten Fall. Und beide wollen Spielzeit. Ich weiß nicht, ob man das so einfach lösen kann, dass du sagst, okay, jetzt hole ich mir einfach einen, setze ich ihn auf die Bank und nach einem halben Jahr, dann sitze ich halt auf der Tribüne und dann ist das Thema auch erstmal erledigt. Also es ist schwer für mich zu lösen, sage ich jetzt mal. Ja, aber andererseits, weißt du, die Frage, die du jetzt stellst, die haben wir ja im Mittelfeld, haben wir die ja. Also wir haben einen Ahamada, wir haben einen Cissé, wir haben einen anderen Cissé, wir haben einen Nertay, wir haben einen Bellas. Also da wimmelt es ja an Leuten, an talentierten Leuten. Aber du gehst jetzt mit genau zwei Stürmern in eine Bundesliga-Saison. Und also das ist jetzt für mich kein gutes Gefühl, vor allen Dingen von diesen zwei Bundesliga-Stürmern, trägt sich einer noch mit Wechselabsicht. Also ich denke jetzt, vermutlich ist das Thema jetzt mehr oder weniger durch, aber auch da kann man sich nicht sicher sein. Aber was denn, wenn sich jetzt ein Kalajcic verletzt, jetzt gar nicht schwer für drei Wochen, für vier Wochen oder so, dann hast du noch genau einen Stürmer. Also da würde ich einfach mal gerne wissen, was ist denn der Plan B? Also wie wird denn im Sturm geplant? Und Mo Sanko war ja schon eine riskante Alternative, weil du einem 17-Jährigen dann zutraust, dich irgendwie in der Bundesliga zu tragen. Hätte er vermutlich geschafft. Aber jetzt ist er halt auch erstmal die ganze Hinrunde mindestens raus, wahrscheinlich länger. Dann kommt halt dann vermutlich Silas zurück. Okay, aber ich finde, da vorne ist es halt echt sehr, sehr dünn einfach. Du hast noch Klimowitz, du hast noch Massimo, die diese Rolle übernehmen können. Du hast Koulibaly, der im Sturm spielen kann. Du hast Silas, der zurückkommt, der im Sturm spielen könnte. Also du hast ja schon noch Alternativen, die jetzt vielleicht nicht als Stürmer direkt eingeplant sind, aber es spielen können. Ja. So sehe ich es halt. Ja, ja. Aber willst du jetzt mit einem Koulibaly als Neuner da vorne drin spielen? Ja, lieber mit einem Koulibaly als Neuner, als mit irgendeinem Zweitliga-Stürmer, der, weiß ich nicht, sechs Tore geschossen hat und wo du halt hoffen musst, dass der jetzt auch in der ersten Liga irgendwas abreißt. Also du meinst, Ja. Nee, der hat nur 20 Tore geschossen. Ich weiß, wen du sagen wolltest oder wen du nennen wolltest. Nee, es ist, ich weiß schon, was du meinst, klar, mir wäre es auch lieber, es gäbe jetzt noch irgendwie eine zweite Option neben Al-Ghadoui, klar. Aber ich sehe es halt so, wenn Sascha fit ist, dann hast du einfach einen Stürmer, der gesetzt ist. Und du kannst nicht jede Position doppelt absichern. Also, dass du ein Backup hast mit Al-Ghadoui, ist klar. Jetzt hat der VfB das Glück, dass sie mit Mosanko noch jemanden hatten, der wirklich nah dran war an, ich würde so sagen, fast an der Startelf, also jetzt als Kalajicjörg war. Der war einfach nah dran und der hat sich gut entwickelt. Dazu gibt es dann innerhalb des Kaders noch Spieler, die diese Rolle übernehmen könnten. Und ich finde, da ist der VfB schon jetzt auch in den gerade aktuell wirtschaftlich schwierigen Zeiten ganz gut aufgestellt. und wenn es die Option gegeben hätte, dass du irgendeinen günstigen, jungen Spieler hättest holen können, der diese Position auch spielen kann, also es hätte mich schon sehr gewundert, wenn Missantat diese Chance nicht ergriffen hätte. Und wir haben natürlich auch gar nicht über Alu Kual geredet, der natürlich jetzt erstmal für die zweite Mannschaft eingeplant ist, aber der ja auch schon perspektivisch für die erste vorgesehen war und auch weiterhin vorgesehen sein wird und der trifft ja jetzt aktuell auch in der U21. Also klar, das ist jetzt kein Level Mosanko und auch noch lange nicht so wie Al-Gadoui einen Spieler, den du einfach da reinstellst und der macht dann sein Ding. Aber es ist jetzt nicht so, dass es überhaupt keine Optionen gibt. Es gibt schlechtere Optionen, als die wir haben. Genau, man muss zwingend nochmal nachverpflichten, aber ich meine nur, wenn man sich fragt, brauchst Enzo Mio oder brauchst noch eine Alternative dann jetzt nach der Verletzung von Mosanko, dann finde ich, muss man das wirklich mal so im Gesamtpaket halt sehen. Die Sachen für sich genommen, wenn du, ich denke, wenn du Enzo Mio für das Geld bekommen kannst, ja, und brauchst eine Verstärkung oder noch einen Neuzugang, nachdem sich Sanco so schwer verletzt hat, nein, aber insgesamt, finde ich, gibt es da schon so eine gewisse Unwucht. Im Mittelfeld sehr, sehr viel und im Sturmzentrum sehr, sehr wenig. Also auf der Acht, ich muss es nochmal sagen, auf der Acht sehe es halt wirklich so, dass du das Problem hast, dass du jetzt mit Klement einen Spieler hast, der ja auch noch so ein bisschen damit liebäugelt, den Verein zu verlassen, auf den du jetzt auch nicht 100% gesetzt hast. Wir haben schon gesagt, der ist eher für die Sechs vielleicht ein Kandidat, fällt also schon auf diese Achterposition raus. Lee Eggloff ist ein Kandidat, da wissen wir noch gar nicht, wie das jetzt weitergeht mit ihm. Natürlich heißt es immer wieder, der wird jetzt irgendwann zurückkommen und da muss man halt einfach mal abwarten, wie lange der braucht, um überhaupt wieder eine Alternative für die erste Mannschaft zu sein. Also bei ihm rechne ich jetzt eher mit der U21 und vielleicht auch die komplette Saison und vielleicht läuft es auch gut und er ist in der Rückrunde dann wieder bei der ersten dabei, aber das ist für mich kein Kandidat, auf den ich jetzt setzen würde. Dann hast du die Davi, da haben wir schon gesagt, das ist eigentlich ein Backup. Also der ist jetzt nicht als Nummer 1 Achter geplant, das ist einfach ein Spieler, da bist du froh, dass du ihn hast, der für 30 Minuten auch Wirbel machen kann, aber ja, das ist glaube ich eher ein Kabinenspieler, der dann auch nochmal so ein gewisses kreatives Element mit reinbringen kann, wenn vielleicht nichts geht. Also den wechselst du eher ein. So und dann hast du eigentlich nur noch Klimowitz und Förster. Also da fehlt dann schon auch so ein bisschen Tiefe auf der Acht. Deswegen finde ich Mio schon sinnvoll. Nathai kannst du noch nennen, ja, okay, aber dann wird es schon langsam dünne. Also die anderen Kandidaten, die wir jetzt besprochen haben, sind alles dann eher Sechser-Kandidaten aus meiner Sicht. Also von daher finde ich es okay, dass man sagt, hier mit Mio haben wir einfach dann nochmal einen zweiten Klimowitz, um es mal so auszudrücken, der dann auf dieser Position konkurriert mit Matteo dann, ja. Also in meiner Traumwelt, Sebastian, verpflichtet Sven Missent hat in der nächsten Woche nochmal einen französischen 17-jährigen Ausnahmestürmer für eine Million Euro, der, weiß ich nicht, dem VfB jetzt irgendwie 17 Buden reinballert und wir uns nächstes Jahr alle fragen, warum kein anderer Verein auf diese Idee kam. Aber was Priorität angeht, vor der Mosanko-Verletzung, also so muss man es ja sehen, also der Transfer ist ja nicht zustande gekommen am Samstag, sondern der wurde ja schon vor zwei Wochen oder drei Wochen wahrscheinlich vorbereitet, verstehe ich, dass man sich erstmal auf der Acht weiterentwickeln wollte. Und vielleicht weiß auch Sven Missent hat über Lee Eggloff mehr als wir wissen, ja, und vielleicht können sich auch Ömer Bayers noch anders einschätzen, als wir das können, weil wir halt nur Eindrücke von ein paar Testspielen haben und deswegen macht es dann auch wieder Sinn, ein Mio zu holen, weil der ist auf jeden Fall weiter als die von mir gerade genannten Spieler. Ja, absolut, wir freuen uns ja auch total auf den Spieler und nach den bisherigen Erfolgen unseres Diamant-Auges, muss man ja dann wiederholt sagen, in Sven wie Misslintrust, also das wird schon funktionieren. Das wird schon funktionieren, also das lassen wir mal so stehen und beobachten das Ganze. Mark-Oliver Kempf war auch noch so ein Thema, das jetzt diese Woche wieder aufkam, das hat mich ein bisschen überrascht, weil es wurde ja relativ ruhig um diese Personalie. Hier habe ich auch ganz kurz noch einen Einspieler von Sven Misslintat, der den aktuellen Stand von Mark-Oliver Kempf und den Verbleib hier beim VfB wie folgt beschreibt. Erstmal ist das für uns gar nicht so ein Riesenthema, wie es draußen ist und das natürlich jeden interessiert, weil das gehört eben zum Profigeschäft dazu. Mark-Oliver ist in der Phase seiner Karriere, wo der nächste Vertrag für ihn wichtig ist. Das hat dazu geführt, dass wir eben nicht zum jetzigen Zeitpunkt uns auf eine Verlängerung einigen konnten. Das richtig Gute ist, wir entscheiden, was passiert und gucken uns das in aller Ruhe an, aber ich glaube, man hat das gesehen, dass es ein Kämpfi nicht belastet, uns nicht, sonst kann er nicht so ein Spiel machen und den Rest sehen wir tatsächlich in den nächsten 14 Tagen. Ja, das stinkt jetzt nicht unbedingt so, dass Sven Misslintat es komplett ausschließt, dass Mark-Oliver Kempf jetzt noch den Verein verlassen wird. Ich habe mal so ein bisschen rumgehorcht und mir wurde gesagt, ja, es ist alles nur eine Frage des Geldes. Also das gilt für Mark-Oliver Kempf, das gilt auch für, ähm, sag es mal, Clement und auch für Eric Tommi. Also das sind so die drei Kandidaten, über die man wohl noch nachdenkt, die abzugeben. Also bei Kempf ist es halt einfach die Frage, wer wäre bereit, wirklich so sechs, sieben Millionen wahrscheinlich eher hinzulegen, um ihn zu verpflichten. Dann wird der VfB wahrscheinlich schwach werden und bei Clement und Tommi, also da hieß es jetzt so hinter vorgehaltener Hand, da gab es Angebote, äh, aber von Vereinen, die sich nicht mal die Leihgebühr leisten konnten. Also, da kann man sich ja ungefähr vorstellen, wer da so gemeint ist. Und das ist natürlich dann für den VfB keine Option, weil dafür sind sie einfach zu gut, dass du sie mehr oder weniger verschenkst. Ja, also da kann der VfB dann auch eher davon profitieren, wenn man sie dann, ähm, ja hier in Stuttgart behält und man hat es jetzt gesehen, beide Spiele haben ja zwei gute, äh, Pflichtspieleinsätze jetzt absolviert, einmal gegen Dynamo und einmal gegen, gegen Fürth. Äh, bei Kempf, wie siehst du es da? Also ist das jetzt so ein Punkt, wo man sagt, oder sagen sollte, nee, der muss jetzt bleiben. Also A, ist der halt komplett drin in der Mannschaft und äh, auch extrem wichtig, nicht nur wegen den zwei Toren, sondern vielleicht auch als Führungsfigur und als erfahrener Spieler grundsätzlich oder siehst du es weiterhin so, wie Mitte der Transferperiode, dass man sagt, okay, der ist dann nächstes Jahr ablösefrei, der VfB braucht Geld und kann sich eigentlich sieben Millionen nicht durch die Lappen gehen lassen. Äh, noch ein Jahr bleibt, selbst wenn er dann ablösefrei geht nach der Saison, aber ich glaube, jetzt in der zweiten Bundesliga-Saison nach dem Aufstieg wäre Marc-Oliver Kempf wirklich eine große Hilfe für den VfB und insofern bin ich total dafür, dass er bleibt, auch wenn das für den VfB bedeutet, dass man dann in einem Jahr dann irgendwie sechs oder sieben Millionen abschreiben muss. Ja, und Marc-Oliver Kempf hat ja auch schon zu Freiburger Zeiten dann eher das Handgeld genommen und hat seinen Vertrag erfüllt, um es mal so auszudrücken, was ja absolut legitim ist. Ja, also ich bleibe auch dabei, ich glaube, es wäre nicht so blöd, Kempf zu behalten. Du hast halt einfach einen unheimlich soliden links, linken Halbverteidiger und das ist mir lieber als ein Experiment mit Ito, der das hervorragend gemacht hat. In einem Spiel gegen den Viertligisten, das muss man auch einfach mal dann auch mal festhalten. Genau. Alternativ ist dann Clinton Mohler, der halt letzte Saison dauerverletzt war. Ja, und dieses Jahr auch noch kein Pflichtspiel bestritten hat. Also es ist, es ist mir wohler mit Marc-Oliver Kempf hinten drin, aber bei einer bestimmten Summe, also so ab sieben Millionen würde ich schon, glaube ich, langsam nachdenken. Ja, ja, klar. Darunter nicht, aber so sieben, siebeneinhalb, vielleicht sogar acht, was ich mir fast nicht vorstellen kann, dass ein Verein so viel hinblättert, aber es gibt halt dann schon auch so Verzweiflungsmissionen, gerade wenn es vielleicht zum Saisonstart bei dem einen oder anderen nicht so gut gelaufen ist oder sich Transfers nicht realisieren ließen, die man eigentlich vorhatte, dann ist oft auch nochmal was möglich, was man heute komplett ausschließen würde. Müssen wir mal abwarten. Kupfer zu U21, Jadon Bennett wurde verpflichtet, 20 Jahre alt, ist links außen, kann auch rechts und im Zentrum spielen und der wurde nach guten Eindrücken im Probetraining und nach einem Testspieltor gegen die TSK Balingen verpflichtet, wurde beim FC Watford ausgebildet und spielte zuletzt beim SC Paderborn. Ja, also im Probetraining hat er sich angeboten, er hat auch im Probetraining bei Eintracht Braunschweig absolviert, die fanden den nicht so Knorke und wollten ihn nicht verpflichten. Hier in Stuttgart konnte er wohl dann überzeugen und ist jetzt Spieler der U21 und ein anderer hat die U21 verlassen und zwar Domenico Alberico, da haben wir ja schon ein paar Mal drüber gesprochen, dass der händeringend nach einem anderen Verein sucht. Es sah mal zeitweise danach aus, dass er nach Köln zur Viktoria wechseln wird, das hat sich dann zerschlagen und jetzt Sebastian, jetzt ist er weg und ich kann ja sagen, er ist nach Italien gegangen. Oh! Ja, und zwar in die dritte italienische Liga zu US Viterbese aus Viterbo in Mittelitalien. Keine Ahnung, warum Alberico in die dritte italienische Liga gewechselt ist, ich weiß es wirklich nicht, welche Perspektiven er da sieht. Vielleicht, klar, er hat italienische Wurzeln, wollte er einmal in Italien spielen, dann kann er es irgendwie nachvollziehen. Ich finde es trotzdem ein bisschen schade, weil ich glaube, dass der VfB da einen nicht allzu schlechten Spieler im Kader hatte. Guter Offensivspieler, auch noch mit Potenzial oder Mittelfeldspieler. Ja, ein bisschen schade, dass es ja geht, aber gut, jetzt viel Spaß in Viterbo in Mittelitalien. Und dann gab es heute auch noch einen neuen Podcast von Kicker Meets The Zone und da hat sich Gonzalo Castro zu Wort gemeldet und wir werden es jetzt hier nicht ausführlich auseinandernehmen, nur so viel. Er hat halt nochmal erzählt, dass er ja schon sehr überrascht davon war, dass der VfB seinen Vertrag eben nicht verlängert hat beziehungsweise vermissend hat, die Verlängerung nicht wollte. Es gab auch kein Angebot, sagt Gonzalo Castro. Und nicht nur er war überrascht, sondern auch die Mannschaft beziehungsweise seine Mannschaftskameraden, mit denen er sich dann darüber ausgetauscht hat. Es gibt hier wie immer zwei Meinungen. Es hört sich ja so an, als hätte der VfB Castro kein Angebot gemacht. Es gibt auch eine andere Seite, die sagt, ja, es wurde halt mit dem Berater vorher gesprochen, was überhaupt denkbar wäre und da wurde relativ schnell gesagt, nope, das ist ja wohl lächerlich. Also, deswegen keine Ahnung, was da stimmt. Was ich Castro schon abnehme, ist, dass er wirklich hier gerne seine Karriere beendet hätte und einfach auch damit gerechnet hat, aufgrund dessen, dass er enorm wichtig war in der letzten Saison, dass man sich schon irgendwie einigen wird. Und es kann auch sein, dass Sven Wissenthal jetzt hier auch nicht versucht hat, Großkompromisse zu finden, sondern gesagt hat, also, wir können uns das vorstellen und vielleicht war das Gehalt dann wirklich so absurd gering, dass Castro das gar nicht annehmen kann, weil er sich halt ganz klar unter Wert dann verkaufen würde. Und vielleicht hat Wissenthal darauf auch spekuliert, was weiß ich, man muss trotzdem Castro zugutehalten, er hat wirklich nur gute Worte über den VfB verloren und hat das auch absolut akzeptiert, hat das auch sich gut hergeleitet und erklärt, das kommt halt jetzt oft auf junge Spieler an, das ist halt so das neue Ding und man setzt auf Tempo und klar, da ist er nicht mehr ganz zeitgemäß und so. Also es war ein sehr reflektierter und sehr sympathischer Auftritt von Gonzalo Castro bei Kicker meets the Zone. Und Sebastian, die Frage drängt sich natürlich dann auf, was macht Castro jetzt in der Zukunft? Weil er hat ja immer noch keinen Verein gefunden und ich muss ganz ehrlich sagen, das hat mich schon ein Stück weit überrascht. Ich bin davon ausgegangen, dass es irgendwie so ein Union schon um die Ecke kommen wird. Ja, und halt ein bisschen Kohle bieten wird und Castro wird sagen, okay, das mache ich jetzt, das ist nochmal eine interessante Herausforderung. Aber auch da hat er eigentlich ganz klare Vorstellungen. Er sagt zum Beispiel, ich habe keinen Bock mehr auf 2. Liga. Da gab es ja auch eine Anfrage von Schalke. Da wird er relativ schnell gesagt haben, nee, lass mal. Auch aus dem Grund, weil er ja mal für den BVB gespielt hat. Und er hat auch gesagt, ich möchte jetzt nicht irgendwie nochmal bei zwei, drei unterschiedlichen Bundesliga-Vereinen spielen, sondern ihm reicht es eigentlich, wenn es dann bei 3-4 bleibt, also Leverkusen, Dortmund, Stuttgart und dann vielleicht jetzt noch einen weiteren. Und er liebäugelt natürlich auch damit, vielleicht ins Ausland zu gehen. Er hat Belgien mal ein Spiel gebracht, die Niederlande natürlich Spanien, aber da gibt es aktuell das Problem, dass die meisten Vereine keine Kohle mehr haben aufgrund der Corona-Pandemie und einer, ich würde mal sagen, exzessiven Personalpolitik. Deswegen müssen wir mal abwarten, wie sich das so gestaltet. Ja, grundsätzlich, wie wird dein Eindruck von Gonzalo Castro jetzt im Podcast? Ja, sehr tiefenentspannt. Also er weiß, was er kann, er weiß, was er hat, was er verdient hat. Ich finde, die entscheidende Frage, die da vielleicht nicht gestellt wurde, war, gibt es den Punkt, dass du am 31.8. sagst, okay, meine Karriere ist beendet, weil alle Angebote, die ich habe, die taugen mir nicht und dann war es das für mich. Bevor ich halt irgendwie wieder einen Kompromiss mache, den ich eigentlich gar nicht eingehen möchte, sage ich jetzt an der Stelle, okay, das war es halt für mich. Die Frage wurde leider nicht gestellt, aber grundsätzlich war der Auftritt von Gonzalo Castro im Podcast wirklich sehr ehrlich, offen und man hat halt auch gemerkt, dass er schon einige Jahre Bundesliga auf dem Buckel hat und auch die ganze Situation sehr, sehr entspannt annimmt, denn man muss auch festhalten, ich glaube zum ersten Mal seit 17 Jahren als Bundesliga-Profi hat er jetzt eine Saisonvorbereitung ohne Mannschaft gemacht, also das ist ja für ihn auch so ein komplett neues Ding, aber ich finde, er geht da sehr gut mit um und ich dachte, als ich heute las, dass der SC Freiburg überraschend Santa Maria abgegeben hat, dachte ich, das wäre doch eigentlich ein Job für Gonzalo Castro und dann holen die den Eggestein. Mann, 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 Mann. Ja, also Eggestein ist auch so ein Thema, ich lasse es einfach. Ich habe mir gerade überlegt, ob ich jetzt was sagen soll, aber nee, es ist glaube ich nicht so. Nee, war Castro in Freiburg? Ich weiß nicht, irgendwie passt das für mich auch nicht so richtig. Ah, weiß nicht. Ja, bei Castro tue ich mich echt so ein bisschen schwer, damit den perfekten Verein zu finden. Ich habe wirklich kurzzeitig an Union gedacht, das wäre halt so ein klassischer Union-Move gewesen, den nochmal zu verpflichten und ich weiß nicht, ich weiß nicht, wo ich den hinstecken würde. Vielleicht wirklich dann in die niederländische Liga irgendwo hin. Ja, oder im Zweifelsfall nach Luzern. Das könnte auch noch sein, dass er dann Holger Bartschuber wieder auf die Sprünge hilft, dem es aktuell ja nicht ganz so gefällt in Luzern, aber das ist ein anderes Thema. das ist ja auch immer noch. Vielen Dank.